Ähm, hast du das auch mit den Obermatsche gesehen? Wie? Seine Freunde gesagt haben, er soll sich anmelden und dann singen sollen. Näääähä? Superdoll! Ja. War noch so ein komischer Vogel dabei. So ein Obermatsche. Näh, keine Ahnung. Gestern, oder? Mhm. Kann auch sein, dass das bei der Wiederholung war. Ja, aber bei der Wiederholung. Gestern kam da so nichts von. Also, ich hab jetzt alles gesehen gehabt, also. Ich hab das einfach nur gekocht, als ich mich ins Bett gelegt hab. Oh Gott. Nee. Wo ist das so? Oh. Mir tut mein Sitzfleisch weh. Oh. Alter. Ist doch bald... Ah. Ich weiß nicht wieviel Essen hab ich da. Nochmal gleich gucken. Reicht noch etwas. Ah, Zombies. aber bisher habe ich noch kein kupfer gefunden kann auch sein ja war das eine wohl was in die andere richtung läuft da ist der kupfer da das ist fast die gleiche entfernung oder ja meist weil wir dann nicht generiert haben es ist nur da herrko verliegt auch meist in den höheren ebenen aber abfahren was jetzt vielleicht raus wenn da was rausspuckt dann aber noch glück hier sonst nämlich dass man da wieder mit und macht das auch den anderen darf das noch muss ja nur in den unteren ins unteren etaportal gehen was jetzt unten im süden ist das kann ich doch gerade das andere dann aber wir ja links sind ja ich bin schon wieder zuhause so ich brauchte ja was zu essen jetzt stehe ich die nur rum weil ich mich nicht eigentlich schieße da kann man mitnehmen die anderen sind ja immer gut 20 stück für mich ist sind 20 stück schon viel und der chest und für mich ist ein stack auch wahnsinnig ich glaube aber ich gehe mal hier nur durch die mit der salzer mit eisen das jetzt erst mal ab ist wenn er nichts ist dann die ich wieder in die andere höhle 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 es geht noch einen stock weg höher das ist schon mal gut die feile brauche ich vorsichtshalber und wo ist mein essen da kann ich hier auch noch mit dir ist ja ja dann war hier immer noch drin rum handelt um so du wenn es freu ist kann ich doch dadurch sehen noch material sind verschwendet 20 die erste laser unten reisen sicher das wird auch noch lange durch jagen haben auch gar keine anderen nein also bisher habe ich keine anderen gefunden aus dem blue mary fern ist ich weiß noch nicht was der blue mary fern ist gemacht welch mod ist er denn gardens darf bedingung ist komischer sein ganz saffert sich schon Portal, 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 Portal Die War das Portal bei den Villagern? Da steht weiter weg Ja, da habe ich auch mehr Blöcke genommen Warum? Ich weiß gar nicht warum Kann ich gar nicht sagen, warum Was hat das für eine Aufnahme gelabert? Aber ich habe auch keine Ahnung Es hatte auch einen Grund, warum ich das genommen habe Ach, wegen dem Lavasee. Und da war ja fast die Festung dran. Und deswegen bin ich dann bis dahin innen durchgegangen. Deswegen. Ah, du kleiner, dreckiger Scheiß-Creeper. Hier findet sich definitiv kein Kupfer. Nein. Da hätt ich auch schon Silber gefunden, ist ja meist häufiger da, oder Bauxite. Egal. Lass mir die noch mal abbauen, und dann schauen wir mal. Versuch was wert. Ich hasse Wasserfahrstühle. Oh. The fuck? Mach den Creeper bei uns in der Bude. Da sind sie nicht schwach noch. Wo bin ich bei der Necke? Ah, das. Das ist nichts Neues. Ich weiß nicht, was die da machen. Die machen sich eine Schnitte oder so. Ja. Die wollen sich eine Schnittchen machen. Da wollen wir einen Melon-Smoothie. Warum zu machen? Musst du noch im Kühlschrank drin sein. Hm. Wenn wir jetzt gerne mal gucken, was man so an Essen herstellen kann. Kannst du gucken? Also, was viel bringt. Und nicht so schwierig zu machen ist. Ich muss aber mal eben auf, aufs Toilettchen. Nein. Doch. Ich bin sogar raus dafür. Komm, wir wieder. Oh, da haben wir ab. Ich glaub's ja nicht. Mann, Mann, Mann. Immer diese Leute, die aufs Toilettchen müssen. Ist ja widerlich. Ist ja widerlich. Das war alles für die Ponger. Ich habe noch einen Tabel. haben den den aber auch richtig hab ich mir dabei auch irgendwann erlebt sonst besteht bei uns auch über das Oh, das ist Mabbing. Mabbing! 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 Mabbing Mabbing. 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 Mabbing, ich war Mabbing. Mabbing. Röberfreie Streit Keine Marvelle Gar nicht Yes, sehr witzig Kein Blödmann oder Spiegel Die Karte 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 So Äh, Atlas Oh, ist kalt gerade geworden, ey Ich hab fast überall Heizung an Osser hier, ist kalt Osser, sitzt die ganze Zeit, da gehts eigentlich Weil der Rechner wärmt Frostbeule Ey, wenn du in der Kälte bist, bist du immer eine Frostbeule Hä? Wenn ich in der Kälte bin oder krank bin, dann bin ich immer eine Frostbeule Ja gut War ja auch klar Am ersten Mal war das echt extrem schlimm Ich hab Jetzt Gehst du noch сейчас Jetzt gehste sterben Er Ich hab noch nicht mal Fenster. Ich hab gar nicht Fenster zugemacht. Er war hier auch nicht Naja Naja Bambambambambam BaBabababadabam Die böden Leute Es kommt bei meiner Musik BaBababam Es ist keine Copyright Gaming Musik Put den Eis Jump, Jump , Jump Äh, Pikman? Pikman, mach nichts Unüberlegtes, geh weg.